jetzt willkommen youtube zum weiterführen und ich weiß wo ich bin okay jetzt ist wieder alles klärchen jetzt ergibt es soweit wieder mehr sinn nun dann wir reisen so viel spaß so wir mal gucken so könnte kriegen nicht wundern in dem beispiel mit meiner freunde dies nicht so vorteilhaften gebiet vielleicht genau da wo gerade so ein bisschen weitbrot ist jetzt bleibe ich da auf den aufnehmen die koffer ihr habt dafür verständnis als nicht immer noch ein problem oder die störe kommt leider gemacht ich war ja hier noch nicht fertig mit die schon sehen hier rum springen da unten war die machen wir nicht bist du da war das ding hier ok gut oder denn die kacke spüren momentan so okay wenn nicht das gebiet wo ich hin wollte so ich kann wissen dass man da nicht irgendwelchen scheiß machen kann ich habe ich habe oh ja mal ein bisschen gucken hier so sehr wird ja auch gerade alle kosten die bild ist nicht genug okay die medaille macht hier machen wir schon mal zu können kus lesen aber klar das scheiß hier noch ekelhaft schön mal tiefer entspannt hier und mal ist maxima und ja noch war echt jetzt ab zu kommen so wir können das mal richtig ein bisschen rumlaufen wollen wir nicht okay kopflos so auf alle fälle die dinge gerne hier unten ist ja nicht außer viel ekel die mitte bruder auch auch zerflerrt oh 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 mumpen kacke hier alle direkt so auch die hoher nicht na guck mal mal kurz so 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 sehr so 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 ich würde noch kurz abklären so weit durch bin und dann würde ich hier unten los machen hier 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 ist vielleicht jetzt mal besser oder weg um abschließt das nie ist ich finde es schön so ein verwandt hallo ich glaube hier vorne war nicht fertig oder nutze ich weniger nichts wie von der post hier so die ganze zeit zu raum ist ist gut dass denn hier um jetzt wirklich gerade erst mal tote hosen klar sind gerade für euch mit langweilig wie kennst du nun auch noch wo hier richtig action action ist mit den neuen gegner mit den ersten tischern und so schon ekelhaft und hier können wir spüren untermalen dinger hier nur wie aussieht was sollte ein boss besiege und ich gut und mal ganz easy 2000 kröten und irgendwann so weitermachen spielt man hier durchgerannt über ihr baller dann ging es hier weiter aus der speicherpunkt und damit so noch mal die monate wacht und wenn ich den hoch das ganz genau gar nichts ja stimmt hier hinten war der typ viel und er ist ja auch nicht oder doch hier so ein klinzchen du bist auch nicht wenn du mal so eine traurzeit groß denn und wenn er jetzt hier könntet viel sein die kiste denn das möchte ich nur zum geld ich hab mir hier etwas und dann das okay 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 auch mit tempel zu massiver wird mein platz doch hier vor allem zu gehen bescheiden special die menschen schafft habe ja na gut also doch hier unten hmm ja 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 dazu kommen wirst du die kohle sehr schweine 10 hier oh oh Oh! Machado! ja so gut mein